Camping und Badespaß im Ferienpark Humboldtsee. Herzlich willkommen! Runde 600 Stellplätze für Wohnwagen und Zelte stehen in rund um den 65 Hektar großen Humboldtsee für einen unbeschwerten Urlaub zur Verfügung. Unsere blauen Mietzelte sind komplett aufgebaut, voll ausgestattet und sie müssen nur noch einziehen. Unsere Besucher freuen sich über das großzügig angelegte, vielfältig strukturierte und liebliche Gelände. Dabei steht ein stets ausreichend räumlicher Platz um das Zelt oder Wohnwagen im Vordergrund. Über den Platz verteilt stehen dem Urlauber drei Waschhäuser zur Verfügung. Lustige Damen, Männer oder Jugendgruppen finden hier ausreichend Platz, ihr individuelles Lager aufzuschlagen. Der Humboldtsee ist kein reiner Badesee. Angeln, Rudern und sogar Tauchen sind bei uns erlaubt. Alle 14 Tage wird die Qualität des Wassers überprüft. Badespaß für jedes Alter ist hier garantiert. Auch Freunde des Modellsports kommen hier auf ihre Kosten. Stege und seichte Wasserabschnitte bringen hier ideale Voraussetzungen mit sich. U-Boot auf großer Tauchfahrt. Der Ferienpark bietet Saison- und Dauerstellplätze für diejenigen an, die am Humboldtsee gern etwas mehr Freizeit verbringen möchten. Dabei sind Dauerstellplätze und Urlaubsstellplätze in unterschiedlichen Arealen untergebracht. Wir freuen uns, wenn wir auch Sie am Humboldtsee begrüßen dürfen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017